Willkommen zu einem neuen Call of Duty Video. Ich spiele wieder ein bisschen Konsole, seid also nicht allzu böse, wenn ich irgendwie nichts hinbekomme, aber ich werde mein Bestes geben und heute ziehe ich los mit der Argus. Mit der neuen DLC-Waffe, die leider nur in den Kisten verfügbar ist, finde ich immer noch ein bisschen schade. Ich selber habe sie tatsächlich auch nicht gezogen, aber ich kann mit dem Account von David spielen. Der hat auch einen YouTube-Kanal, ich verlinke euch den in der Videobeschreibung. Jetzt ADS heißt die ganze Sache. Vielen, vielen Dank an dich. Danke fürs Linen vom Account. Und ich werde einfach mal in ein Game springen und schauen, was mit der Argus so funktioniert. Hoffentlich ein bisschen was. Ganz viel Spaß. Leute, da ist das schöne Ding. Dass ich mal gehypt bin auf die Argus, hätte ich auch nicht gedacht. Aber so ein bisschen gehypt bin ich auf jeden Fall, muss ich sagen. Nein, Hitmarker. Oh, aber das klingt auch ganz nice, das Ding. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Das ist leider vielleicht nicht die beste Map für Shotguns, wenn ich so drüber nachdenke. Da hatte ich vielleicht ein bisschen Pech und natürlich kommen alle von allen Seiten. Das Problem ist halt, hier muss jetzt mein Aim stimmen. Und das stimmt leider nicht. Es ist nichts, dass ich einfach durchsprayen kann. Hallo, mein Freund. Nein, ach komm schon. Die Lösung ist natürlich, dass man sich von hinten anschleicht. Und ich glaube, das kann auch funktionieren. Auf etwas kleineren Maps vielleicht. Das ist nicht die Map, auf der ich diese Waffe spielen kann. Nice. Oh, get wrecked. Ah, damn, die sind alle zu weit weg gerade. Okay. Nicht alle, nicht alle. Nein. Oh mein Gott. Jetzt kommt wirklich zum Vorschein, wie schlecht mein Aim auf der Konsole eigentlich ist. Ich muss es leider sagen. Hier kommt einer. Alter, wenn ich mal treffe, dann ist es halt schon geil. Problem, ich treffe halt meistens nicht. Oh, ich sprinte da einfach rein. Ich versuch's. Mein Glück war, dass der noch schlechter ist, als ich, wie's aussieht. Warum haben die jetzt ein Scharfschützennest in der Luft? Goddammit. Wie soll das denn jetzt hier funktionieren? Eigentlich kann ich jetzt ohne schlechtes Gewissen campen, oder? Warum ich so viel camp? Ja, Scharfschützennest. Ich hatte keine andere Wahl. Liegt nicht dran, dass ich komplett shit bin mit einer Shotgun in dem Game. Ah. Warum kommt mein Teammate nicht? Hallo? Kann das mal bitte kaputt gehen? Dankeschön. Trau ich mich gerade nachladen? Und das war der Fehler. Nein. Und von allen drei Seiten. Hallo? Hallo? Let's go. Oh, schnell mal nachladen. Ist das Ding jetzt eigentlich weg? Feindlicher Kampfhubs vorrücken zu uns. Hm. Kampfflugzeug? Shit, Alter. Ich weiß halt auch nicht, wo ich gerade hin soll. Wie viel haben die denn in der Luft die ganze Zeit? Hallo? Okay. Nein, nein, nein. Hallo? Habe ich gerade seine Spezialistenwaffe überlebt? Wie kann das denn sein? Oh, shit. Die wollen mich, glaube ich, gerade in Soße haben. Jetzt wäre es schön, wenn ich sehen würde, von wo sie kommen. Das sehe ich natürlich leider nicht. Ich habe mit dem Ding echt keinen Aim. Warum noch ein Scharfschützennest? Können die Streaks please mal aufhören? Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Nein, 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 nein. Oh. Nein. Oh, ich habe das Scharfschützennest. Lol. Das habe ich mir gerade hart erkämpft. Erkämmt, meine ich. Aber was hätte ich machen sollen, Leute? Mal Real Rap hier. Was waren meine Optionen, wenn die da irgendwie komplett alle Streaks in der Luft haben? Ich rede es mir gerade schön, mein Campen. Ich merke das schon. Kommt der hier? Nee, okay. Der ist oben irgendwo. Ich glaube, ich pushe einfach mal einen hoch. Habt sich, mein Freund. Oh, nein, 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 nein. Hä, von was? Von was wurde ich da gerade getroffen? Fragen über Fragen. Alter, wenn wir das jetzt hier noch irgendwie gewinnen, ne? Habe ich nicht gemacht. Das war gerade sehr schön für den PC-Spieler. Ich will hier nichts hören. Wir haben gewonnen. Wir haben einfach gewonnen. Was? Let's go. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Runde gerade nochmal toppen kann. Ich glaube es, um ehrlich zu sein, nicht. Aber vielleicht habe ich es jetzt so ein bisschen raus mit der Waffe. Das ist meine Hoffnung, dass ich jetzt einfach ein bisschen mehr treffe. Ich denke nicht, dass das der Fall ist. Aber das ist meine Hoffnung. Und wo ist der Typ hin? Wir liegen zurück. Hallo. Hier war noch irgendwo einer. Das macht mir gerade irgendwie Angst. Da ist er doch. Okay, ich muss mehr irgendwie nach links und rechts laufen mit der Waffe. Ich habe er Schaft. Ich muss Schaft benutzen. Ah, okay. Das funktioniert nicht, wenn drei Leute vor mir sind. Aber irgendwie ist das Ding gerade ganz nett. Ich mag die schon ganz gerne, die Argus. Wer die... Hat er gerade mal einen Pfeil abgehalten? Wo sind Spawns? Wo sind Gegner? Was passiert hier gerade? Das mache ich mal kaputt. Seid mir nicht böse. Stehen die hier oben? Und ich kapiere es einfach nicht. Nee, hier ist keiner. Ah. Da ist mal ausnahmsweise einer. Oh, nee, 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 nee. Komm, vorbeirutschen, vorbeirutschen. Ab dich. Oh, shit, shit, shit. Teammate, gute Arbeit. Ich glaube, hinter mir war einer. Let's go. Einer ist irgendwie oben. Okay, ich kletter, ich kletter, ich kletter. Okay, ist schon wieder weg. Ich überschätze die Entfernung gerade die ganze Zeit ein bisschen. Nice, let's go. Also die Reichweite ist auf jeden Fall nicht sehr weit. Und da muss ich jetzt endlich mal dran denken. Ich darf nicht absolut blöd auf Entfernung spielen mit dem Teil. Wo ist denn der jetzt hin? Da, aber Teammate. Okay. Spawnen die alle da unten und bewegen sich nicht? Ab dich. Oh, let's go. Die sind alle... Oh, warte mal. Jetzt haben die, glaube ich, auch einen Aufklärungspfeil. Ab dich. Einer ist hier noch. Einer ist hier noch. Komm, komm, komm. Scharfschützen-Nest einsatzbereit. Nein, nein. Schnell wieder weg. Oh, ich hab schon wieder das Scharfschützen-Nest. Hä, wie mach ich das gerade? Ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Irgendwas stimmt doch hier plötzlich nicht. Warum mach ich plötzlich Kills und erreiche meine Streaks? Oh, let's go. Alter, dieses Ding ist halt auch ein Biest. Das muss man schon mal sagen an der Stelle. Okay. Ich glaube, alle kommen von unten. Komm, gib mir doch mal eine Aufklärung. Oder haben wir einen Spawnflip? Einer kommt. Okay, ich glaube irgendwie... Die werden gekillt, bevor ich irgendwie auch nur ansatzweise in die Nähe kommen kann, gerade von meiner Streak. Hier unten kommen sie. Hier unten kommen sie. Team-Mate, aufpassen. Aufpassen. Siehst du den nicht? Okay. Ich glaube, der Trick ist, dass ich mir einfach ein bisschen länger Zeit lasse. Weil die sind ja eh tot, wenn ich dann treffe. Das heißt, ich kann mir ein bisschen Zeit lassen mit dem Aim. Das scheint der Trick zu sein. Okay. Meistens sind sie down. Die Reichweite. An die muss ich mich noch gewöhnen. Die ist nicht so weit, wie ich denke. Let's go. Nochmal Scharfschützen-Nest. Was ist das? Ich freue mich gerade wirklich sehr. Ah, damn. Das ist halt das Ding. Wenn ich den ersten Schuss irgendwie verfehle und da mehr als eine Person vor mir steht, dann war es das leider die meiste Zeit. Okay. Ich warte, bis ich Leben habe. Na, komm. Nein. Hier den Marker nur. Nein. Oh, goddammit. Scharfschützen-Nest. Komm. Mach ein bisschen Arbeit. Please. Oh, shit. Okay. Da kann ich erstmal nicht rein. Ich warte, bis die vorpushen. Ah, die kommt zu zweit. Nein. Und von hinten. Ach, Leute. Ich dachte, ich habe jetzt den guten Run. Jetzt werde ich doch die ganze Zeit blöd geholt. Jetzt nervt es mich wieder ein bisschen. Alter. Ich muss sagen, also, diese Fähigkeit von Reaper. Diese, ähm, ja. Was ist denn das? Der Störungspfeil. Das Ding nervt. Ich finde, ähm, ja. Das sorgt dafür, dass man nicht so geil spielen kann. Ist ein bisschen zu viel, irgendwie. Nö, 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 nö. Ich habe gerade gar keine Lust. Sorry, Mate. Wo ist denn das Ding überhaupt? Ach, hier. Weg damit. Ja, ich muss aufhören, auf diesen Entfernungen mit diesem Teil zu spielen. Es funktioniert nicht. Es hat gerade nicht funktioniert. Es fängt jetzt auch nicht an zu funktionieren. Und da ist der Wind. Alter, also, Fazit. Äh, das Ding ist ein absolutes Biest. Muss ich auf jeden Fall sagen. Ich struggle ein bisschen mit dem Aim auf der Konsole. Aber, ja, wenn man voranvisiert, ein bisschen strafet und so die Leute wegholt, dann geht meistens was. Und wenn man trifft im Nahkampf, dann kann der Gegner nichts mehr machen. Ich habe das Gefühl, das Ding ist sogar besser als die Mock. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ein ziemliches Biest. Habt ihr die Waffe schon gespielt? Hattet ihr Glück in den Kisten? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und wie findet ihr die Waffe? Ich finde, das ist ein Biest. Und ich bin sehr gespannt, wie die Waffe wird am PC. Ich glaube, da wird wahrscheinlich jeder damit spielen. Gerade am PC, wo man vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten hat mit dem Aim. Ich glaube, ich könnte die auf jeden Fall ziemlich, ziemlich reingehen. Leute, das war es mit dem Video. Ich hoffe natürlich sehr, euch hat es gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Weitere Call of Duty Videos, lasst gerne auch ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Video. Macht's gut. Bis dahin.